Die Bescheidberichtigung. Wann dürfen Bescheide geändert bzw. berichtigt werden? Wann oder was sind die Grenzen dieser Bescheidberichtigung? Mit solchen und ähnlichen Fragen möchte ich mich in meinem heutigen 3-Minuten-Umweltrechts-Video befassen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen 3-Minuten-Umweltrechts-Video. Mein Name ist David Sucheneck, ich bin Rechtsanwalt bei der Umwelt- und Energierechtskanzlei Niederhobe & Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Wie schon eingangs erwähnt, möchte ich mich heute mit der Bescheidberichtigung auseinandersetzen. Die Bescheidberichtigung ist im AVG, im Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz, geregelt und erlaubt es unter bestimmten Umständen Bescheide, Achtung, auch wenn diese rechtskräftig sind, zu ändern. Allerdings ist klar, dass diese Änderungen nicht in jede Richtung gehen dürfen. Einleitend vielleicht zunächst noch zur Bescheidänderung an sich. Natürlich können Bescheide, die ja das Ende eines Verfahrens bilden, geändert werden. Im Rechtsmittelweg, das wäre der übliche Weg. Also das heißt, eine Verfahrenspartei erhebt eine Beschwerde gegen einen Bescheid und der Bescheid wird nachträglich durch ein Gericht geändert. Die Bescheidberichtigung unterscheidet sich hier dogmatisch. Hier wird nämlich nicht der Bescheid inhaltlich geändert, sondern nur in bestimmten formalen, ich würde jetzt sagen aus formalen Gründen. Das heißt, Schreib- oder Rechenfehler, die ganz offensichtlich falsch sind und offenkundig auf einem Versehen der Behörde basieren, dürfen hier geändert werden. Inhaltliche Änderungen, also dass man zum Beispiel den Bescheidspruch ändert oder die Begründung an den Bescheid anpasst, solche Änderungen sind von der Bescheidberichtigung keinesfalls erfasst. Wenn jetzt der Bescheid schon rechtskräftig ist, dann ist zu beachten, dass die Bescheidberichtigung dennoch möglich ist, zulässig ist. Allerdings immer nur auf Amts wegen. Das heißt, nur die Behörde von sich aus darf den Bescheid ändern. Natürlich kann ich als Verfahrenspartei anregen, den Bescheid abzuändern. Die Behörde muss das allerdings dann nicht machen. Zu guter Letzt ist noch der Fall zu beachten, wenn die Beschwerdefrist noch aufrecht ist, das heißt, der Bescheid wird zugestellt, ich könnte eine Beschwerde erheben oder eine Bescheidberichtigung, dann sollte man möglichst rasch mit der Behörde abklären, ob eine Bescheidberichtigung durchgeführt wird oder wenn die Behörde dies ablehnt, man eine Beschwerde erhebt. Denn wenn die Behörde die Bescheidberichtigung ablehnt, bleibt nur mehr der Weg zu den Gerichten über die Erhebung einer Beschwerde.